Musik Ressourcenknappheit, Energiebedarf, Abfall und Platzmangel nehmen zu. Eine grosse Herausforderung für die globale Bauwirtschaft. Die Zeit ist reif für den Lifecycle Tower, ein ressourcen- und energieeffizientes Bausystem für mehrgeschossige Holz-Hybrid-Gebäude. Das neue Gebäudekonzept ist das Ergebnis einer zweijährigen, intensiven Forschungsarbeit der Cree GmbH und deren Partnern. Es handelt sich um ein vorgefertigtes, universell einsetzbares Baukastensystem für grossvolumige Gebäude. Diese neuartige Lösung ermöglicht Gebäude mit bis zu 30 Stockwerken und 100 Meter Höhe. Der Systembau basiert dabei größtenteils auf dem lokal vorhandenen, nachwachsenden Rohstoff Holz. Neben höchster Ressourcen- und Energieeffizienz spart das neuartige Gebäudekonzept Betriebskosten und liefert eine um bis zu 90 Prozent verbesserte CO2-Bilanz. Die Systembauweise erlaubt kurze Bauzeiten, bietet Kostensicherheit und minimiert Fehlerquellen in der Bauabwicklung. In Dornbirn wurde der erste Lifecycle Tower LCT1 als Bürogebäude mit acht Stockwerken realisiert. Er dient als Prototyp und wird ein Vorbild für modernes, nachhaltiges, urbanes Bauen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017